Und weiter geht's, oder? Oh, wo bin ich? Achso, ich bin gestorben, ne? Wir müssen Dyskanickel einfangen. Ja? Was für ein Dyskanickel? Dyskanickel. Ein kleines Vieh. Ist, glaub ich, weg, oder? Da unten. Okay. Da, es kommt zu dir! Ich lock's zu dir! Oder auch nicht. Oh, so ein Stern hat coole Sachen. Schreib das in die Kommentare! Äh, was für Kommentare hier? Schreibt niemand irgendwas in die Kommentare. Da! Ah! Cool! Auf jeden Fall zeigt der... Nein! Was? What? What? Ich mach Stampfattacke in den Abgrund. Was ist das denn zu? Ey, warum kommst du denn zu? Los, spring auf mich! Kann ich auf dich springen? Komm hoch! Papa, komm her! nein 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 ja ich muss weiter nach oben egal auf den stein höchstens nach oben ist auf den stern herrn gekocht mit der blase siehst du weil du nicht rennst dann bist du da unten ich mir egal es bringt doch sowieso nicht außer vielleicht ein paar punkte naja dadurch dass ich oben ran springen kriege ich schon allein 10.000 punkte mhm uns guckt wie viel unterschiede ist nicht viel also wärst du auch oben ran gesprungen hättest du 21.000 und wären nur 10.000 auseinander naja und ein paar hundert da aber das level selbst war schon mies wegen diesen dingern scheißdinger jetzt gibt es zwei hier oder was wo machen wir sterne für da habe ich bestimmt 20 oder 25 oder sowas ja das wussten wir jetzt schon das haben wir schon gemacht soll ich? ja? wir gehen erst da rein oh ja markt oder was? das war das gleiche wie vorhin oh stempel ich finde die stempel total unsinnig zu sammeln ich benutze die eh nicht ich brauch die nicht das ist doch cool cool verstehe ich was anderes ich habe das jetzt gemacht ja ja jetzt haben wir noch 15 oh das sieht gut aus das sieht gemein aus jetzt hast du es freigeschalten und starte es doch boohu machen wir nicht natürlich boohu ist doof akrobatik am glitzerzaun was? und scrolling? scrolling? was ist scrolling? ja das sieht das sehr wohl von alleine wie sie als katze kann man hier hochklettern ey ey was war denn das? wieso fällt es geroll da? ich war auf der anderen seite von dem gitter ey oh wir sind das erste mal game over hier du scheiße komm komm was? was erscheint da? die totz? die lachs und äh totz und ja normal hier wo rennst du denn jetzt hin? warum kann ich das nicht beeinflussen? find ich gut nein das sind einfach minuten die wir verlieren minuten wo wir das spiel länger spielen als es notwendig ist diesmal werde ich nicht den den blauen nehmen nein war klar natürlich 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 ok natürlich komm kätzchen oh oh hm ach rolljump nein was macht ihr denn? ey was ist denn das? nein 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 äh geile scheiße wieso muss das mit autoscore also ich glaube das level ist besser wenn ich das einspiele ja egal letzter von sie ja ich krieg keine katze ja ne ist klar warum springst du denn auch so prämisch ab? ja was soll ich bitteschön machen? naja einfach mal bist ja lustig einfach mal geduldig sorry ich bleib jetzt ne blase hab kein bock mehr das zu spielen dieses level kannst du alleine spielen alles besser gut nacht warum bist du jetzt runter gesprungen? und hast somit doch ein Woll ab? ne das will ich nicht ich will das nicht brauch nicht genug hier ja genau du kannst dir das doch nehmen nee ich hab keinen bock noch du kannst alleine spielen du kannst alleine spielen ach das war keine absicht du hast mich schon wieder gelöst ich bleib jetzt ne blase ja ja aber ich denke der hält sich daran fest springt er daran vorbei wir spielen das nicht mehr doch ich will das er beschaffen wieso weil es kein idiot gebaut hat sondern ein mario designer da ist es ja auf jeden fall machbar das level ist ganz einfach man muss bloß aufpassen dass man nicht zu oft springt das ist alles wenn du willst kannst du den scheiß da nehmen ich nehm den nicht damit du den legen bist du mich unbesuch du kannst unendlich fliegen und nach allem geht's ja alles was mich braucht nein wenn du glaub ich rennst kannst du dann glaub ich auch fliegen nein ich weiß es nicht aber es geht davon aus dass du dann wenn du rennst auch fliegen kannst nein falscher knopf ich habe nichts gedrückt hier darf ich mir den kopf vom tisch anhauen ja 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 warte 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 nicht immer gleich durch rennen mal gucken was kommt ich sag warte warte und du rennst durch warum rede ich überhaupt mit dir weil du mein vater bist vielleicht mal oh es scheint als müssten wir hier lang gehen was ist diese going nein 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 kannst du mit dem Ding das verkacken da muss man pink sein hol's dir du hast es verdient ich werde dir deine Blase oh nein das ist weil du dann nicht mitspielst siehst du ich brauche auch nicht mitspielen ich hab keinen Bock mitzuspielen genau deswegen wegen dieser scheiße jetzt will ich mal ein Kätzchen sein mein Kätzchen nimmst du unten danke das war nicht wegen mir scheiß autoscrolling hat doch nen Arsch gebaut nein das ist halt nur schwer weil es autoscrolling ist sonst ist es eigentlich wo bin ich easy so besser nein das war mir so klar das war mir auch klar rennkätzchen dankeschön soll ich dadurch macht doch nichts aus Katzen Ding verloren so warum du immer sofort in die Block rein gehen musst ja das war so ich will Kätzchen sein wir sind keine Kätzchen scheiß auf Kätzchen äh da gibt es vielleicht einen Stern ne wir haben schon alle nein doch wir haben den letzten schon gefunden ja und was gibt es dann hier oben da ist was für dieses Ding Mann ist das vollkommen egal ja ein Item umsonst das war nur damit du ganz oben an die Fahne kommst mehr war das nicht für mehr war das nicht als Katze brauchst du das aber eh nicht oder vielleicht war da irgendein anderer Schrei so interessiert mich jetzt nicht oh Katze Luigi wir haben erst ein Peach Sticker ein Peach ist auch nicht interessant oh das Level war schlecht ich weiß nicht ob ich das irgendwann mal alleine spiele oder oder nicht können wir jetzt bitte da hinten dieses machen ne wir machen jetzt das Boku Level ach ne das ist ja noch blöder das sehe ich jetzt schon naja die Level werden doch immer schwerer deswegen haben wir doch die Einfachen glaube ich schon am Anfang gemacht jetzt kommen die schweren deswegen will ich auch wir haben die Einfachen mit der Wand vorgemacht pass mal auf wenn wir dann nur 10 Meter rennen müssen dann sind sie fertig schon dieses Gelache ich will wieder raus ich hab Angst vor Geister ich bin Luigi oh hier ist ein riesen Boku ich sehe ihn oh ich kenne die Wand schickte dann oh was war das? warum? da spring auf da spring auf da oder mach oben Stampfattacke drauf was weiß ich ich geh drauf so gefeuerte Buchen seit wann? ne ich wollte schon sagen Geister kannst ja nicht abschießen hoch runter runter hoch da kommt das Bild raus weiß ich jetzt schon ey was ist das hier für ein Problem? oder du kannst ins Bild reingehen oh wir müssen nur warten wir müssen nur warten mach hin ich schaß auf Krone okay das Level ist eigentlich ganz easy guck guck oh nö Bücher sind immer doof Bücher sind immer doof Bücher sind immer doof oder so okay ich komm erstmal nicht hoch ich hab das Gefühl dass da hinten noch irgendwas ist warum ist das? ist hier unten ein Loch? aha wir haben es gefunden Münzen Münzen hier eine Feierblume oh yeah nehm ich er ist hier nicht oh was ist das für eine geile Treppe äh halt hier ist was hier ist was Bruna nein kann man Geister abschießen? anscheinend nicht du musst ihn vor den Spiegel kriegen ja ja wenn ich den vor dem Spiel kriegen soll dann wart es doch ab hier naja das ist egal warte mal oh siehste wusste hab's predicted hier gibt's nochmal Zeit gibt's da noch irgendwas komm doch mal her ja rennen 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 und springen rennen und springen rennen und springen ja geht nicht doch geht ne Mann Mann warte doch hier gab's irgendwas hier gibt's Pilze rennen und springen heißt es ja rennen und springen geht nicht beides gleichzeitig bei mir aber nicht Man hält die Rennentaste gedrückt. Mach ich. Ja, du musst... Ja, ich krieg nicht drei Knöpfe hin. Y. Y. Und dann springst du auf B. Ist denn das so schwer? Danke für mich. Ding sprechen. Es ist nichts gebrochen. Doch. Aber wenn du den steif machst, dann ist es zu. Jetzt wusste ich nicht, was hier drin ist. Du musst gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist. Okay, da ist nichts. Siehst du, war total im Saal. Gut, das heißt, die Blume aktiviert hier. Dieses Katzen-Ding aktiviert. Naja, aber ich will halt gucken, ob da was ist. Was ist halt? Halt, was ist halt nicht. Da drüben ist nur was. Hau mal rein, mal rein. Wow, Münzen. Und wenn wir Katze werden, wäre hier bestimmt noch mehr. Total cool. Ja, werf mich doch vor. Ja. Da habe ich mir auch wieder irgendwas Geheimnis. Wenn wir jetzt sterben, dann ist es nicht schön. Was soll das bringen? Da hat keiner Angst vor uns. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas ist. Ah, warum geht er durch die Tür? Ja, warum gehst du durch die Tür? Ja, aber habe ich doch gesagt, warum wir durch die Tür gehen. Aufs Sofa. Hui. Was? Das Sofa bleibt da oben. Oh. Ich habe gedacht, ich kann auch chillen. Wow. Ja, die Langsamste von allen. Mann, warum nimmst du mich denn? Ich nehme dich nicht. Oh. Der war ja wies. Dieser war echt. Ja. Oh, genau. Da hinten ist noch ein Haus. Sag ich, dass du ein Level scheiße hast. Ach komm, das war ganz easy peasy, Mensch. Wieso noch nicht gestorben? Können wir nicht bis 20 spielen? Begaren. Weniger ist vorhin. Ui, eine Röhre. Da gab es was drin, ne? Gehen wir gleich mal gucken, ja.